Was ist die Ursache für die ungewollte Kinderlosigkeit? Bei den Ursachen für die ungewollte Kinderlosigkeit muss man unterscheiden zwischen den Ursachen, die bei der Frau liegen und die beim Mann liegen. Das verteilt sich ungefähr zur Hälfte. 40 Prozent bei der Frau, 40 Prozent beim Mann und 20 Prozent tatsächlich bei beiden. Beide sollte man fragen, auch Fragen zu persönlichen Sachen, zur Sexualität. Denn optimal wird ein Paar schwanger, wenn es etwa zwei Mal Verkehr pro Woche hat. Bei der Frau sind es vor allen Dingen die Ursachen der Störungen des Hormonhaushalts. Entweder, dass sie zu selten eine Blutung hat oder gar keine Blutung hat, also nicht einen 28-tägigen Zyklus. Dann können die Ursachen im Bereich der Eileiter sein, dass die Eileiter verschlossen sind oder verändert sind durch Verwachsungen, Alter, Entzündungen. Dann kann eine Ursache in der Gebärmutter liegen, dass die Gebärmutter verändert ist, vielleicht durch gutartige Muskelknoten. Beim Mann sind es vor allen Dingen häufig die Probleme von Samenzellen, also die Frage, wie viele Samenzellen vorhanden sind, wie die Samenzellen sich bewegen und wie das Aussehen der Samenzellen unter Mikroskop ist. Das sind die allerhäufigsten Störungen, neben Sexualstörungen beim Mann. Es kann natürlich auch sein, dass er gar keinen Samenerguss hat oder dass das Paar einfach zu selten Verkehr hat. Beim Alter des Paares kommt es vor allen Dingen leider auf das Alter der Frau an. Die natürliche Fruchtbarkeit nimmt nach dem 30. Lebensjahr ab. Das ist kein größeres Problem bis zum 38. oder 40. Lebensjahr. Aber dann nimmt die natürliche Fruchtbarkeit, aber auch die Fruchtbarkeit nach Behandlungen ab. Beim Mann ist dieses Jahr 40 so etwa eine Zäsur. Also es ist ein Irrglaube, dass beim Mann das Alter überhaupt keine Rolle spielt. Etwa ab 40 Jahren nimmt die Spermaqualität aber auch die Samenzellzahl ab. Der hauptsächliche Punkt ist das Rauchen. Ich sage den Frauen denn oft, allein dadurch, dass sie rauchen, mindern sie ihre natürliche Fruchtbarkeit um etwa 20 Prozent. Alkohol spielt eine geringere Rolle, aber spielt auch eine Rolle. Und der dritte Punkt ist das Gewicht. Übergewicht der Frau über einen sogenannten Body Mass Index von 30 mindert die Fruchtbarkeit deutlich. Auch übrigens beim Mann, auch ein Übergewicht des Mannes mindert die Fruchtbarkeit. Also wir müssen vor allen Dingen nach dem Rauchen fragen und nach dem Gewicht. Koffein spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Es ist ein Missverständnis, dass man der Auffassung ist, wenn man nicht gut drauf ist, wird man auch nicht gut schwanger. Das stimmt nicht. Aber es stimmt umso mehr, wenn man nicht schwanger ist oder Frau nicht schwanger wird, dann sind die Betreffenden auch nicht gut drauf. Also Kinderlosigkeit ist eine starke psychische Belastung. Das sollten alle wissen, nicht nur Mann und Frau, sondern auch der Arzt. Denn der Arzt muss sich nicht nur um die Samenzellen und Eizellen kümmern, sondern um die emotionale Belastung der Frau. Er sollte aber dann auch mit Vorurteilen aufhören. Denn der Frau wird oft gesagt, du musst dich ja entspannen, sonst kannst du überhaupt nicht schwanger werden. Und das ist ein Vorurteil. Durch Entspannung wird man nicht besser schwanger. Aber die Belastung der Diagnostik und Therapie, die ist bedeutsam. Und da sollte der Arzt entlasten. Großer Stress führt nur in ganz wenigen Fällen zur Unfruchtbarkeit. Nur in der Situation, dass der Stress so extrem ist, dass die Patientin keine Blutung mehr hat. Das kennen wir aus der Generation unserer Großeltern. Im Kriege haben viele Frauen die Blutung verloren. Dann war das eine Kriegsamenorrhoe. Keine Blutung mehr durch Stresssituationen. Das ist aber ausgesprochen selten, sodass man im Allgemeinen sagen kann, der tägliche Stress, der spielt bezüglich der Frage der Sterilität, Kinderlosigkeit nur eine sehr untergeordnete Rolle. Man sollte sich untersuchen lassen, wenn es ungefähr ein Jahr nicht geklappt hat. Also regelmäßiger Verkehr, am besten zweimal pro Woche. Und wenn die Frau dann nicht schwanger ist nach einem Jahr, dann sollte sie sich untersuchen lassen, beziehungsweise das Paar sich untersuchen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar innerhalb von einem Jahr eine Schwangerschaft herbeiführen kann, ganz normal durch Verkehr, die ist sehr hoch. Die liegt bei 80 bis 90 Prozent. Sodass die Untersuchungen dann letztlich nur zutreffen für die 10 bis 20 Prozent. Es sei denn, es ist vorher ein Grund vorhanden. Also zum Beispiel, dass der Mann weiß, er war in früherer Beziehung bereits unfruchtbar. Oder die Frau weiß, dass sie einen Eileiterverschluss hat. Dann eher, ansonsten nach einem Jahr erst. Bei der verminderten Fruchtbarkeit müssten wir wiederum unterscheiden, liegen die Gründe bei der Frau mehr oder beim Mann. Bei der Frau würde eine relativ einfache Untersuchung stattfinden in der ersten Zyklushälfte. Man untersucht dann alle die Hormone, die einen Einfluss haben auf die Eizellreifung. Das genügt in der ersten Zyklushälfte einmal. Vielleicht macht man noch eine Untersuchung in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung. Beim Mann würde man die Spermien untersuchen. Am besten zweimal, denn die Spermien können sehr stark variieren. Und man sollte so zwei bis drei Monate zwischen den beiden Untersuchungen lassen. Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter ist sinnvoll. Sind dort Myonknoten vorhanden? Hat sie sonstige Veränderungen? Und dann muss man überlegen, ob man die Eileiter untersucht und wie man sie untersucht. Die Untersuchung der Eileiter kann man mit Ultraschall machen. Noch genauer ist sie mit Hilfe einer Bauchspiegelung. Aber eine Bauchspiegelung ist eine Operation. Und da muss man die Vor- und Nachteile abwägen, ob man das macht. Aber, um ein Beispiel zu geben, eine Frau sagt, sie kann sich genau erinnern, dass sie früher eine schwere Eileiterentzündung hatte. Dann sollte man die Eileiter mit Bauchspiegelung abklären, weil man bei der Bauchspiegelung zugleich immer auch die Ursachen der Kinderlosigkeit beseitigen kann. Also zum Beispiel Verklebungen lösen oder die Eileiter öffnen. Man kann in gewisser Hinsicht vorbeugen, also zum Beispiel auf normales Gewicht achten. Denn bei Übergewicht gibt es vermehrt Hormonstörungen. Insofern hat das Gewicht eine wesentliche Bedeutung. Rauchen, nicht rauchen, sollte angesagt sein als vorbeugende Maßnahme. Und die anderen Punkte kann man wenig beeinflussen. Also zum Beispiel, ob eine Frau Miumknoten in der Gebärmutter bekommt oder die Eileiter verschlossen sind, da kann man wenig vorbeugende Sachen machen. Die Eileiterung Vielen Dank.